Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter jana-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter jana-ambrosi oder du kaufst über meine Amazon-Links ein und lässt mir so für dich kostenlos deine Unterstützung zukommen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Teil 2 Endlich weg The secret of life is to fall seven times and to get up eight times. Serious Sicht Valeria, die die Augen jetzt einen Spalt weit geöffnet hatte, brachte kaum mehr als ein schwaches Wimmern zustande und versuchte von mir wegzurobben. Wieso nur? Ich wollte ihr doch helfen. Aber sie wirkte so, als hätte sie Angst vor mir. Okay, ich war extrem wütend und möglicherweise sah ich auch so aus. Und ich hielt meinen Zauberstab auf sie gerichtet. Gut, vermutlich erklärte das zumindest das Warum. Aber jetzt mal ernsthaft, dachte sie das wirklich von mir, dass ich jemanden, der offensichtlich eh schon am Boden lag, noch zusätzlich quälen würde? Nun gut, darum würde ich mich später kümmern. Vorsichtig ging ich in die Hocke und mit einem Schwung meines Zauberstabs halte ich ihre Kopfwunde. Valeria sah mich mit großen, grünen, verängstigten Augen an. Es half alles nichts, ich musste sie mitnehmen. Ich hau hier ab. Willst du mit? Flüsterte ich ihr zu. Sie nickte kaum wahrnehmbar, dann verlor sie wieder das Bewusstsein. Mit einem schnellen Aufrufezauber holte ich ihren Koffer, der Gott sei Dank schon gepackt war. Immerhin ging nächste Woche die Schule wieder los. Vorsichtig hob ich Valeria hoch, stieg mit ihr und unserem Gepäck in den Kamin, ließ das Flohpulver fallen und sagte klar und deutlich, Haus der Potters. Dann verschwanden wir im grünen Feuer. James Sicht Was zum… Ich saß nichtsahnend auf dem Sofa, als mir plötzlich aus dem Kamin nicht nur eine riesige Staubwolke, sondern auch ein gehetzt wirkender Serious entgegenkam. Vor Schreck sprang ich auf. Ich hatte seinen Brief zwar erhalten, aber nicht mit einer derartigen Ankunft gerechnet. Da fiel mein Blick auf das bewusstlose Mädchen in seinen Armen. Was macht denn Grindelwald hier, erkundigte ich mich überrascht. Grindelwald? Hörte ich meine Mutter im Nebenzimmer verwundert sagen. Sie kam zu uns und begrüßte die beiden Neuankömmlinge. Hallo Serious, und wer ist das denn? Valeria Grindelwald, sie ist in unserer Klasse, stellte ich sie vor. Meine Mutter übernahm sofort das Kommando. Wie auch immer, sie braucht Ruhe, würde ich sagen. Leg sie doch in eines der Gästezimmers, Serious, und dann kannst du mir in Ruhe erzählen, was überhaupt passiert ist. Serious tat wie geheißen, und meine Mutter und ich folgten ihm nach oben. Eine Weile standen wir alle drei schweigend herum, dann sagte Serious plötzlich leise, Es war der Kroatius-Fluch. Konnte sie einfach nicht dort lassen. Nicht so. Serious Sicht James nickte langsam, dann scheuchte Mrs. Potter uns nach draußen, damit sie sich in Ruhe um Valeria kümmern konnte. Wir gingen in James' Zimmer, da es ohnehin schon Zeit zum Schlafen war. Allerdings bekam ich kein Auge zu, und James schien es ähnlich zu gehen. Tatze, schläfst du schon? erkundigte er sich nahezu im Fünf-Minuten-Takt. Nein, gab ich jedes Mal zurück. Was ist passiert? hakte er schließlich nach. Ich habe es nicht so genau mitbekommen. Ich glaube, sie hat mit Regulus gesprochen. Das hat meiner Mutter wohl nicht gepasst. Denn, naja, ein wenig später habe ich sie halb bewusst ausgefunden. Ich dachte mir, wenn ich sie jetzt da liegen lasse, dann werde ich auf ewig ein schlechtes Gewissen haben, erzählte ich im Flüsterton. Kann ich verstehen. Aber jetzt sollten wir wirklich schlafen. Gute Nacht, Tatze, antwortete James. Gute Nacht, James, murmelte ich zurück, und obwohl ich relativ schnell einschlief, schreckte ich immer wieder hoch, bis ich irgendwann beschloss, nach Valeria zu sehen. Valerias Sicht Als ich vorsichtig die Augen öffnete, wusste ich zuerst nicht, wo ich war. Ich lag in einem Bett, und jemand saß daneben. Aber wer? Als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte ich Sirius. Wo sind wir? fragte ich leise. Meine Stimme war kaum mehr als ein Krächzen. In Sicherheit. Bei den Potters. Keine Sorge. Meinte er, während er mir ein Glas Wasser reichte, das ich gierig austrank. Das fühlte sich viel besser an. Aber was war passiert? Das Letzte, woran ich mich erinnern konnte, war dieser alles einnehmende Schmerz und die Vorwürfe von Mrs. Black. Der Kroatius-Fluch. Und dann? Wobei, falsch. Dann war da noch Sirius gewesen. Er hatte mich gefragt, ob ich mitkommen wollte. Er musste mich hergebracht haben. Danke, murmelte ich, als mir das klar wurde. Danke, dass du mich nicht dort gelassen hast. Sirius sah mich direkt an. Kein Ding. Ein schwaches Lächeln breitete sich in meinem Gesicht aus. Sirius lächelte zurück. In dem Moment wurde die Tür stürmisch aufgerissen und ein panisch wirkender James stürmte herein. Was war nur in ihn gefahren? Sofort sprang Sirius auf. Reflexartig machte ich es ihm nach, fiel aber gleich wieder zurück ins Bett. Ich war noch zu schwach. Was ist passiert? Werden wir angegriffen? rief Sirius aufgeschreckt. Aber James schien sich wieder gefangen zu haben. Ach, da bist du. Ich dachte, ich hätte das alles nur geträumt und du wärst in Gefahr. Oder deine Mutter hätte dich wieder geholt. Oder... Weiter kam James nicht. Ich bin hier, Kumpel. Alles gut, fiel Sirius ihm ins Wort. Ja, da hast du vermutlich recht, stimmte James zu. Dann entdeckte er mich. Ah, Grindelwald, du bist wach. Wie geht's dir? erkundigte er sich. Ah, Grindelwald, du bist wach. Wie geht's dir? erkundigte er sich. Gut, antwortete ich mehr oder weniger wahrheitsgemäß. James nickte erleichtert. Gut, kommt ihr mit runter zum Frühstück? Ähm, schaffst du es schon mit runter zum Frühstück? Ich nickte überzeugt, auch wenn ich mir dessen nicht ganz so sicher war. Während die beiden Jungs sich schwarzend auf den Weg machten, folgte ich ihnen langsamer, was mehr oder weniger gut klappte. Bis ich stolperte und fast die Treppe runtergefallen wäre. James und Sirius schauten zu mir und warfen sich dann einen Blick zu. Wenig später hatten sie mich in die Mitte genommen und irgendwie waren wir ohne gröbere Verletzungen, von einem kleinen blauen Fleck mal abgesehen, unten angekommen. Meine Eltern sind beruflich weg, wir haben das Haus die ganze Woche über vor uns. Aber hier ist es sicher. Auch über das Flohnetzwerk kann keiner mehr unbefugt eindringen, klärte James uns auf. Dann machten wir uns über das Frühstück her. Ich hätte gar nicht gewusst, wie hungrig ich gewesen war. Regulus-Sicht Wo ist sie? Was hast du mit ihr gemacht? schrie ich meine Mutter an. Eine leise Stimme in meinem Kopf teilte mir mit, dass es eigentlich keine gute Idee war, meine Mutter dermaßen anzubrüllen, aber das war mir in diesem Moment sowas von egal. Val war weg. Wo war Val nur? Jetzt komm mal wieder runter und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Oder Sirius. Als ich sie zuletzt gesehen habe, war sie unten. Und jetzt hütet deine Zunge. So hast du nicht mit mir zu reden, fuhr sie mich an. Aber immerhin bestand die Chance, dass Sirius sie mitgenommen hatte. Wohin auch immer. Also war sie hoffentlich in Sicherheit. Oder zumindest von hier weg. Mir fiel ein gewaltiger Stein vom Herzen. Und jetzt nur noch die letzte Ferienwoche durchhalten. Teil 3 Your Wings already exist. All you have to do is fly. Valerias Sicht Ich wurde von einem Lachen geweckt, einem durch und durch fröhlichen Lachen. Zuerst war ich verwirrt. Im Haus der Blacks wurde selten gelacht. Und wenn, dann war es ein bußhaftes, gemeines Lachen, das einem die Haare zu Berge stehen ließ. Schnell zog ich mich an. Dann machte ich mich auf die Suche nach dem Ursprung des Gelächters. Draußen angekommen entdeckte ich Sirius und James, die auf Besen durch die Gegend flogen und dabei ausgelassen lachten. Sehnsüchtig schaute ich ihnen zu. Wie gerne würde ich selbst wieder einmal fliegen. Auf einem Besen natürlich. Mit den Elementen konnte ich sowieso fliegen. Aber das war gefährlich. Die beiden Jungs hatten mich mittlerweile entdeckt und setzten sich neben mir zur Landung an. Hey Grindelwald, willst du mitfliegen? rief James mir gut gelaunt zu. Ich nickte begeistert und wenig später hielt ich einen Besen, den er scheinbar noch irgendwo aufgetrieben hatte, in der Hand. Innerhalb kürzester Zeit saß ich auf dem Besen und flog durch die Lüfte. Ich liebte es einfach. Jetzt kamen noch ein paar Bälle dazu. Natürlich waren wir zu dritt zu wenige, um Quidditch zu spielen, aber Bälle zu schießen ging trotzdem. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr gehabt. James Sicht druckste Grindelwald herum. Warum meinte sie? Wegen ihrem Nachnamen? Okay. Vermutlich hatte sie es damit wirklich nicht einfach. Nachdem wir während dem Essen einfach über irgendetwas geredet hatten, griff ich das Thema wieder auf. Ernsthaft, du solltest es dieses Jahr versuchen. Grindelwald sah mich verwirrt an und auch Serious schien nicht so ganz zu wissen, von was ich redete. Schnell fügte ich eine Erklärung hinzu. Das Quidditch-Team. Du solltest versuchen, reinzukommen. Was ist schon das Schlimmste, was passieren kann? Dass du nicht genommen wirst? Na und? Dann hast du es wenigstens versucht. Sie schien zu überlegen. Dann antwortete sie, Na gut, ich versuch's. Valerias Sicht Die letzte Ferienwoche verging wie im Flug, und ich war heilfroh, dass wir nicht mehr in die Winkelgasse mussten. Dort war es trostlos, und alle versuchten, möglichst schnell wieder wegzukommen, denn Voldemorts Todesser lauerten an jeder Ecke. Es herrschte Krieg, diese Tatsache ließ ich nicht mehr ignorieren. Aber ich hatte meine Seite gewählt, und ich würde sie sicher nicht mehr wechseln, ganz egal, was noch passierte. Diesen ganzen Wahn vom reinen Blut, die Gewalttätigkeit, Das passte mit meinen Einstellungen und Prinzipien ungefähr so gut zusammen, wie sich Feuer und Wasser vertrugen. Also im Normalfall nicht wirklich, ich musste es schließlich wissen. Wir waren gerade am Bahnhof Kings Cross angekommen und liefen auf die Absperrung zwischen Gleis 9 und 10 zu. Endlich. Endlich wieder hier, auf diesem Gleis, auf dem man das Gefühl hatte, dass die Magie nahezu mit Händen zu greifen war. Endlich wieder auf Gleis 9 Dreiviertel. Sirius und James machten sich sofort auf, um Remus und Peter zu begrüßen. Ich schielte kurz zu Regulus hinüber, den ich entdeckt hatte, aber erstens war seine Mutter bei ihm, und zweitens schaute er sofort weg, als er meinen Blick bemerkte. Hm, dann eben nicht. Ich stieg in den Zug und machte mich auf die Suche nach einem Abteil. Regulus hatte ja offensichtlich kein Interesse daran, dass ich mich zu ihm gesellte. Die Mädchen aus meinem Schlafsaal wohl eher auch nicht. Die Rumtreiber vielleicht? Hm, ziemlich unwahrscheinlich. Auch wenn die letzte Ferienwoche bei dem Potters toll gewesen war, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie etwas mit mir zu tun haben wollten. Also setzte ich mich kurzerhand einfach in den Gang. In Hogwarts würde ich schon irgendwie ankommen, dafür brauchte ich ja kein Abteil. Serious Sicht Als die Türe unseres Abteils öffnete, wäre ich fast über Valeria gestolpert. Was machte sie bitte hier? Warum sitzt du hier draußen auf dem Boden, erkundigte ich mich. Es war nirgends mehr frei, murmelte sie. Und deshalb setzte sie sich auf den Boden, anstatt sich irgendwo dazu zu quetschen. Das war zwar eigentlich ihre Sache, aber trotzdem. Wenn du willst, kannst du bei uns sitzen, da ist noch Platz, verkündete ich kurzerhand. Es war ja nicht so, als würden wir zu viert das ganze Abteil ausfüllen. Valeria schaute mich überrascht an, dann nickte sie. In dem Moment kam auch der Süßigkeitenwagen vorbei und mit einem kleinen Vorrat beladen und Valeria im Schlepptau machte ich mich wieder auf den Weg in unser Abteil. Die anderen wirkten kurz erstaunt über Valerias Anwesenheit, sagten aber nichts. Wenig später unterhielten wir uns über alles Mögliche, lachten bis uns. Die Bäuche wehtaten und forderten so viele Süßigkeiten, bis ich Angst hatte, wir würden nichts mehr von dem Festessen runterbekommen. Und zwar alle fünf. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.